Guten Morgen! Heute ist genau dein Tag. Denn heute ist der Tag, an dem du dein Morgen erschaffst. Durch deine Gedanken, durch deine Ausstrahlung, durch dein Sein, durch dein Mindset. Und daher, richte dich aus, auf diesen Tag. Schließ deine Augen und geh mit deiner Aufmerksamkeit genau in die Mitte deiner Brust. Zu diesem emotionalen, kreativen Zentrum zu deinem Herzen. Und stell dir vor, du atmest ein durch dein Herz. Und erinnere dich dabei an die Energie, mit der du heute durch diesen Tag gehen möchtest. Wie möchtest du sein heute? Welche Eigenschaften möchtest du leben? Möchtest du mutig sein? Möchtest du in deiner Mitte sein? Möchtest du vertrauen? Möchtest du Freude haben, Spaß haben an diesem Tag? Wer möchtest du heute sein? Und wie würde es dich anfühlen, wenn du genau dort jetzt bist? Wir springen also in den Tag hinein und du stellst dir vor, du bist genau dort. Und lebst all diese Fähigkeiten, all diese Eigenschaften. Du bist positiv. Du bist im Vertrauen. Wie fühlt es sich an, genau so zu sein, wie du heute deinen Tag leben möchtest? Und mit jedem Atemzug atmest du dich jetzt mehr genau in dieses Gefühl hinein, der zu sein, der du sein möchtest. Und spiel einmal dieses Spiel mit. Geh ganz hinein. Atme dich hinein in den Tag und erlebe, wie sich dieser Tag anfühlen würde. Wenn du genau diese Eigenschaften, die dir so wichtig sind, lebst. Und dann fühl einmal, wie es sich anfühlt, in seiner Mitte zu sein. Fühl einmal, wie es sich anfühlt, Leichtigkeit zu leben. Und vielleicht siehst du dich gerade durch diesen Tag gehen. Wie fühlst du dich anfühlt, aufrecht, stabil, ohne dich hetzen zu lassen, ohne dich zu verbiegen. Und wie du diesen Tag trotz seiner Herausforderungen genießt. Und sollten heute Herausforderungen auf dich warten. Wie sollen diese Herausforderungen ablaufen? Vielleicht ein Gespräch, ein Meeting, eine Begegnung. Und wie möchtest du aus dieser Situation herauskommen? Mit einem Lächeln auf dem Gesicht? Mit dem Gefühl, dass es richtig gut gelaufen ist? Und dann geh weiter bis ans Ende dieses Tages und spür einmal, wie du dich ins Bett legst und sagst, das war ein cooler Tag. Wie du stolz auf dich bist, dass du es geschafft hast, diese Ausstrahlung und diese Energie aufrecht zu erhalten. Wie du Dankbarkeit spürst, dafür, dass du diesen Tag geschenkt bekommen hast. Und dann spür noch einmal diese klare Ausstrahlung, die du heute leben willst. Und lächel diesen Tag an. Denn dein Lächeln signalisiert deinem ganzen Körper, anscheinend gibt es etwas, worüber wir uns freuen können. Und so halte dieses Lächeln für die nächsten 60 Sekunden. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Schön, dass du dir Zeit für dich genommen hast. Wenn du jetzt Lust auf mehr Meditationen hast, dann abonniere diesen Kanal oder schau bei unserer Meditations-Challenge vorbei. Für die kannst du dich bei dem Link, der in der Infobox ist, kostenfrei anmelden. Wir freuen uns auf dich. Ich wünsche dir, dass du dich恃? Ich wünsche dir, dass du dich vorst.